Aufgeregt sehr sogar, ich komme extra aus Stuttgart hierher, für die Bayern. Wenn ich mir die Jungs so rundum mal anschaue, glaube ich, wird schon ein bisschen härter zugehen vielleicht. Verbesserung für dich. Ihr müsst das Tor treffen, sonst könnt ihr keinen Torschen. Hast du was gelernt? Ja, einiges natürlich, man lernt nie aus. Du spielst mich gleich an, aber bevor ich das mache, gebe ich es ihm ein mit so. Hat sich rentiert zum Herfahren. Wir waren alle sehr bemüht. Männlein und Weiblein haben das ganz prima gemacht. Ja!